Jetzt überall im Handel. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler, die Juli-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden DVD. Matze und die Nudeln. In unserer 100-Euro-Aktion geht es für Matze Koch dieses Mal mit einem ganz besonderen Köder ans Wasser. Er soll in 24 Stunden gleich drei verschiedene Fischarten fangen und das mit Nudeln. Ob unser Ostfriese mit seinen Kochkünsten wenigstens die Fische überzeugen kann? Aufhecht vom Ufer. Auf den Raubfisch Nummer 1 hat es Enrico Di Ventura abgesehen. An einem niedersächsischen See versucht er sein Glück mit Jerkbait und Gummifisch und spart dabei nicht mit praktischen Tipps und Tricks. Füttern, aber richtig. Markus Lotz und Thomas Kallweit sind begeisterte Friedfischangler und erklären auf der DVD, wann sich welche Futterstrategie auf Karpfen lohnt. Tolle Unterwasseraufnahmen und natürlich jede Menge Know-how erwarten Sie in diesem Film. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler, die Juli-Ausgabe. Jetzt überall im Handel und natürlich wie immer mit Gratis-DVD.